Aufklopfdruck-Party Ausklopfdruck-Party Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hier! Buonasera ragazzi, wir sind heute Abend in Hamba. Ja, ich hab Hunger gehabt. Chicken River. In Hamba, genau. Chicken River. Heißt Bach? Nein, was heißt Bach auf Englisch? Keine Ahnung. Das geht schon drüber. Bake? Nein. Was heißt Bach auf Englisch? Chicken River. Little River. Little River. Chicken Style. Little River Chicken Style. Hallo Lisa. Lisa natürlich weiter beim Essen. Ja. Was sonst? Italien, falls sie das jemand fragt. Ja. 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 Stefan, wie war der Auftritt? Und? Jetzt hast du richtig Hunger, oder? Ja schon. Den Döner macht schöner. Du Spargel, du, schau mal hin. Ja gut, schwarz und von oben. Wie war Hambach? Mega geil. Sehr gut. Hallo. Willkommen aus Münchshofen. Toll Blitz heute Abend. Und zwar mit dem Nico. Nicht der Santos, sondern der Genjor. Der richtige Nico. Der geile Nico. Zweite Pause. Die Stimmung ist mega. Die Polizei ist auch schon da. Wir wissen nicht, was sie wollen. Aber wir vergraben uns... So an unseren Gitarristen. Der fehlt schon wieder. Immer das gleiche mit dem. Wahrscheinlich. Hoffentlich hat er sich versteckt. Die Lisa ist Gott sei Dank da. Ja. Noch. Ja, noch. Also, ihr wisst bescheid, wo wir sind. Und wir machen jetzt weiter, gell? Viel Spaß. Ciao. 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 Die Partybell. your you